Es geht weiter mit dem neuen Rekord! Ja, 1800 Punkte und auf Sadys Hinweis wollte er das nicht nochmal aufgenommen haben und er wollte bis zur Endszene vorspielen. Ja, nehmt ihr frei. Dann bin ich mit normalen Kossen satt! Ich möchte jetzt schon lachen. Ja bitte, bitte. Komm! Please! Elekt! High five! Jaaaa! Geht los! Da war mein Gedanke ja doch richtig. Ja. Du bist irgendwie schlau. Was? Was für ein Gedanke? Den, den ich dir Oskar gesagt habe. Echt jetzt? Halt dich zu! Ich hab doch gesagt, wenn meine Eins nicht richtig ist und du glaubst, David 2 ist auch nicht richtig. Dann kannst du eigentlich nur die 3 sein. Ja, natürlich hast du es gesagt. Hat er, hat er. Ja, klar! Ich kann es euch! Oh, verdammt! Wie kann das aus? Du hast zu viel gesprungen. Da kann die... Das ging ganz schön tief runter. Ja. Ja. Ja, das kann auch passieren. Ja, das kann auch passieren. Das wusste auch nicht. Dass du die Iliane verfälst. Oh, danke für die Info, Patrick! Wieso bin ich jetzt daran schuld? Weil du mir nicht die Tech gegeben hast! Davon war ich immer schuld. Warum ist das hier jetzt auch? Rechts! Nicht so! Doch! Ist in Ordnung! Achso, ich dachte, er sollte nach links. Nein! Er hat doch gesagt nach rechts. Es ist immer unterschiedlich, wohin er spricht. Ja, 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 aber ich hab wahrscheinlich nach rechts. Ja, nach links. Nein! Nicht links! Nicht links! Oh, Alter! Das war fies! Das war dasselbe wie bei mir! Ja, sag ich ja! Aber gleich kommt wieder seine Lieblings- Seine Lieblings-Szene. Huuu! Das ist richtig. Huuu! 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 Okay, er nimmt dir eins. Er wollte... Dein... Rad kaufen! Nein! Bitte! Bitte, komm! Wie noch einmal! Und? Das wäre jetzt... Das wäre jetzt lustig. Huuu! 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 Ich hab's doch gesagt! Dann nimm doch die zwei, aber... Nein! Ich hab ihm doch gesagt, dann nimm doch die zwei! Wenn ich schon die drei sage, und dann die eins! Nimm doch die zwei, aber nein! End! Endlich halt die Klappe! Endlich kann er sich Elten schämen! Äh, Elten! 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 Sandy! Das geht jetzt zu weit! Hahahaha! Hahahaha! Beleih, ich hab dich mit Elten verwechselt! Das ist... Traurig! Okay! Er ist tatsächlich dort sicher! Huuu! 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 Kaum sagt er das Video, schon kommt ein Elefant von oben! Hä? Hier... Ist er auch sicher? Hä? Da ist er jetzt plötzlich sicher! Jetzt kommt gleich John Paul! Äh, Quatsch! Da ist er doch! Das ist John Paul, das ist Fernando! Fernando! Du, du, John Paul! Ja, aber selber hat mir immer zustimmen, ne? Nee! Jetzt hat er nicht! Diesmal hab ich nicht mal was gesagt! Was? Oh Scheiße! Der hat schon wieder geleckt! Und äh, ist sie nicht? Ja, Quatsch! Puh! Ich wünsch dir das Rad wäre nie erfunden worden! Äh, jaaa! Hey! Pass ein bisschen besser auf mich auf! Basse ich auf dich! Besser dann auch! Hä? 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 Das haben wir eigentlich nicht so gut wie jeden Fail einmal gehabt! Jo! Einmal... Runterspringen ohne dass man soll! Dann der Elefant! Und jetzt der Jaguar! Ja! Ja! Es gibt ja bei den Elefanten! Oder? Den hab ich doch gehabt! Ja, stimmt ja! Der dann hatten wir eigentlich! Äh, endlich sind wir oben! Okay, nennen sie zwei! Er steht schon mal auf! Alter, ernsthaft! Hä? 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 Das Spiel will dich verarschen! Tja! Sieht aus, als wäre das der Falsche gewesen! Halt doch mal! Äh! Äh! Oh Mann! Denk schon, du wirst dich noch mal im Hamsterrad laufen! Äh! Äh! Aber der bringt mir jetzt einen kurzen Film! Der bringt dir definitiv was mit! Ja, toll! Nein! Nicht schon wieder diese Stelle! Siehst du?! Alles klar, also! Was hab ich gesagt?! Mein Fehler! Ich hatte nicht erwartet! Da oben ein Elefanten! Hey, wie komisch das aussieht, ne? Siehste? Geht alles sehr wie bei mir! Hey! Pass ein bisschen besser auf mich auf! Hey, pass mal ein bisschen besser auf mich auf! Ja, ne? Pass mal besser auf dich selber auf! Ja, ne? Ich glaube, dass der Lieb macht drei Kreuze, wenn er das hier überstanden hat! Wir haben nichts gesagt! Ich seh keinen Hoffnungsschimmer am Horizont! Wer weiß! Ich seh da nichts unten! Bei mir! Das war der Falsche! Ich seh kein Geil! Tja! Sieht aus, als wäre das der Falsche gewesen! Supi! Ein letztes Mal hat das Glück gebracht, dass wir nur zur Endszene eingeschaltet haben! Wobei! Sag's nicht vor! Äh, vor! Er hat die zwei genommen! Bitte! 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 Und! Elbeste Schlange! Armer Städte! Du hättest einen anderen Hebel melden sollen! Denen fallen auch keine neuen Sprüche mehr ein, oder? Ja! Das ist schon mehr Frust als Spaß! Wobei! Unterhaltung für die Zuschauer! Wobei! Unterhaltung für die Zuschauer! Aber für mich nicht! So aggressiver! Okay! Pass auf! Wir machen es folgendermaßen! So frustriert habe ich Zenni noch nie erlebt! Pass auf! Wir machen es folgendermaßen! Wenn du dieses Mal failst! Und das nächste Mal auch in der Endszene failst! Dann darfst du das Spiel überspringen! Warum ist denn der einfach nicht beim Hugo-Kochter angefallen? Was ist denn los? Insgeheim wollte er nicht ein bisschen Leidensee! Ich muss noch einen Rückkopf stellen, Jack! Und dann hab ich wieder Glück! Ja genau! Stimmt! Hoffentlich klappt es jetzt! Ich hoffe es wirklich ist! Er muss schon lachen! Was? Wieso nimmst du wieder die Zwei? Ja, wegen Pfein! Ey, das gibt's schon gar nicht! Tja! Das sieht aus! Was wäre das? Du musst dir das Spiel nur noch einmal antun! Und danach müssen wir... Ey, wenn ich es das schaffe! Ich rach's aus! Dann darf mir viel Spaß wenn du das machst! Bei dir werde ich nicht so nachsichtig sein! Ich mach's einfacher! Patrick, hast du schon bei mir den Hugo-Kochter an? Ich mach's ganz einfach! Er sagt ne Zeit! Du sagst ne Zeit! Weil... Ich sag gar nichts! Ich sag auch gar nichts! Was denkst du wer wir sind? Deine Helfer? Ganz ehrlich, Mann! Wir werden mal wachsen! Ja! Und dann? Und dann wär Sono... ...richtig eh! Dann... Mach ich! Goi! Wer hätte gedacht, dass Hugo so frustrierend sein kann, ey! Hmhm! Entschuldigung! Die Schokolade! Die Wellen her! Noch von Weihnachten! Dann komm jetzt in diese fiese Stelle hier! Jetzt! Huh? Er hat's geschafft! Wie jetzt?! Er hat geglitscht! Das soll ein gutes Zeichen sein! Wie... Äh... Huh! Noch spring nach links! Wie macht er das? Egal! Er sagt... Egal! Er sagt... Ich sag lieber gar nichts! Genau! Das hätte ich auch genommen! Und ich hätte die Eins genommen! Ey, wenn's jetzt nicht heißt! Ich sag doch! Ich hätte die Eins genommen! Was soll ich denn hier?! Warte, jetzt wäre die zwei richtig gewesen, ey! Du hättest einen anderen Hebel wählen sollen! Schnauze! Einfach nur Schnauze! Ich mach so! Zur Sa... Nein! Und dann noch eins! Zur Seite! Genau links! Ganz hoch! Und dann ganz an die Seite! Und dann ganz runter! Genau! Und dann ganz an die Seite! Und dann ganz an die Seite! Und dann ganz an die Seite! Runter! Die ganze Zeit links! Und dann nach nach oben! Die ganze Zeit nach links! Jo! Und jetzt hoch! Danke! Nur mein Problem wäre... Nach links! Ob zweimal nach rechts oder einmal nach rechts wäre mein Problem! Knack! Du bist dein Wahre! Aber du hast gestoppt! Jetzt... Bin ich an der Reihe! Ja, Sadie! Sadie? Mach's mal weiter! Sadie ist... Ne... Ist einfach nur erleichtert, dass er... Auf Select! Genau! Sadie ist einfach nur erleichtert, dass er das Spiel endlich abgeschlossen hat!